Malik, verschwinden Sie, los! Warum? Was ist los? Sie sind hier. Die Söldner, die Megan und ihr Team getötet haben. Scheiße! Ich geh rein. Das ist doch voll für'n Arsch, Mann. Ich hasse es mit eingeknippten Schwanz, unzulaufen. Befehl ist Befehl. Abgesehen davon ziehen wir hier sowieso weiter. Warten nur noch auf Bestätigung über die Uhr. Sie glauben, dass sie tot sind. Drei Monate undercover bei diesen Vorrissen und im letzten Moment kommt Jürgen stattdessen. Ich schätze, du bist zu diesem Wunsch in der Einzige. Mann, gehen wir nicht gerne, Mann, gehen! Hast du das Gesicht vom Commander gesehen, als er zurückgekommen ist? Ich schätze, du bist zu diesem Wunsch in der Einzige. Ich schätze, du brauchst Hilfe! Er, da drinnen! Halt! Ich schätze, du bist zu diesem Wunsch in der Einzige. Ah! Ich schätze, mich los! Auf, auf, auf! Ah! 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 Achtung! Wo haben Sie den Schießen gelernt? Wo streich ich ab? Was sch subscribe? Was ich Ready? Was sind Sie? Kommen Sie an! Was ist das? 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 Was ist das?